sie hat eine pumpe oder sowas er ist von der anderen seite verriegelt ok wir brauchen futter scheiß mal auf munition wir haben acht schuss futter ist wichtig wasser ist wichtig zucker auch teile sind auch wichtig das kann ich zum brennen für das ist es mir egal so soll ich jetzt den nächsten weg snacken da ist niemand fack 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 f Ei, 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 ei. Und wir haben nichts zu snacken oder so da? Ich weiß es nicht, dass Marco getötet wurde. Ja, das fasse ich auch nicht. Der ist immer noch am Boden zerstört. Alter Vater, ey. Okay. Okay, okay. Ja, ja, heul nicht rum. Geh mal hin und heul. Wann habe ich das letzte Mal geraucht? Jetzt braucht er was zu rauchen oder was? So. Wir haben Alk da, ne? Die Frage ist, wo wird denn das gelagert? Lass mal saufen. Das ist jemand an der Tür. Cool wäre, wenn ich den einfach wegsnecken könnte und seinen Scheiß nehmen könnte. Das wäre doch ne Idee. Weil ich bin voll gerade auf dem Killer-Trip, ey. Also was nun? Ich habe Hunger, Alter. Meine Leute haben nichts zu phrasen. Zu rauchen wäre auch nicht schlecht. So, was kriegst du dafür? Habe ich ihn. Kann ich dir dafür geben? Was? Das reicht nicht. Alter, so viel Holz. Also ist Holz nicht so viel wert. Okay. Guck mal. Was zu essen ist wichtig. Ich will gar nicht wissen, was der dafür haben will. Okay, das reicht nicht. Ich habe erstmal ne Waffe. Ne Waffe ist egal. Krass. Krass. Ach ja, wenn du nicht traden willst, dann willst du halt nicht traden. Guck mal, dass ich vielleicht irgendwas für Holz kriege. Wie viel Holz will der dafür? Was? Der will sieben Holz für einen, so ein... Und zehn Zucker. Oh. Oh, mein ganzes Holz. Ne, fuck drauf, Alter. Nicht interessiert. Machen Abgang, ey. So, ich... Der ist hungrig. Depressiv. Hungrig. Die ist auch noch müde, Alter. Der ist bandagiert. Wir haben nichts zu essen. Das ist das Problem im Moment. So. Und mein Plünderer ist schon mal draufgegangen. Und halt richtig beendet ist. Geht mit der Plündern. Vorsicht gef... Vorsicht ist geboten. Wirklicher Handel. Eine Menge Teil. Eine große Menge Lebensmittel. So. Weißt du halt die Nächste sein, die irgendwas... Ich hab keine fucking Schaufel. Aber geil. Egal. Komm. Go, go. Wären da nicht drei gewesen. Ey, ich hab zwei weggemacht. Ich hab zwei Leute weggemacht, ey. Was machst du da? Plünder. Einschauen. Okay, da ist auf jeden Fall jemand drin. Drei Leute. Schüsse. Was? Schüsse? Schüsse. Schüsse. Das ist klar. Selber schuld, Jungs. Selber schuld. Man legt sich nicht mit mir an. Der hat ne Schrot. Ich bin voll der Motherfucker. Das ist egal. Jetzt wird er erstmal geplündert. Geh mir ja nicht auf den Sack. So, der hat ne Schrot dabei gehabt. Was halt mega OP ist erstmal. Für den Anfang. Scheiß auf dein Holz, ey. Die Waffe. Da gibt's ihn ja noch so. So, und dann geht's erstmal hauptsächlich darum, Nahrungsmittel. Nichts. Okay. Ich brauche jemanden. Cool wäre, wenn ich wirklich jemanden hätte, der eiskalter Killer oder so ist. Guck mal da, ne Pistel haben wir auch. fucking 18 Schuss, Alter. Nice. Scheiß auf euch. Mein Typ hier wurde abgeknallt, also knall ich euch auch ab. Brauche ich nicht. Boah, Futter. Waffenteile, Bücher, ne. Lol, die rennt da voll durch. Lass mir die Schrot nehmen, Alter. So, weggemacht, den Penner. Alles meins. Alles meins. Alles meins. Leere Taschen, na. Knall ich dich schon ab und dann hast du noch nicht mehr was. Waffenteile, sonstiges. Unwichtig. Hab drei Leute weggesnackt. Easy peasy, Lemons, wheezy, Zucker. Zucker ist immer gut. Ein Messer. Behalten. Okay, man kann so Assassinen-Kills auf jeden Fall schon mal machen, was halt mega nice ist. Und hier ist wahrscheinlich was zu Phrasen drin. Oh, Alkohol. Oh, da ist Alkohol drin. Und Konserven. Lass mal den ganzen Scheiß hier loswerden. So, ich muss erstmal hier Düngemittel brauchen. Kein Schwanz. Das brauche ich. Ich weiß nicht, ob ich Wasser, ob das mit dem Wasser herstellen selber so klappt. Beziehungsweise packen wir da drauf. So. Boah. Ich hab schon mal ne Schrot. Das ist schon mal... Boah, nice. War hier jemand? Nein. Alles klar. Alles cool. Zucker ist gut. Das ist gut. Verkopf Tabak. Nicht geraucht. Verlassen. Abgang machen. Aber geil. Ich hab ne Pistel. Paar Schuss hab ich auch. Ich hoffe, die ist nicht Depri. Oder beziehungsweise, die kann nicht Depri werden. Das Spiel macht mega Laune. Ganz ehrlich. Das Spiel macht richtig Bock. Also ist voll was für mich. Ich hab mittlerweile halb vier. Jetzt haben wir nicht die Stone, Alter. Jetzt ist scheiß... Ach nö, die ist Down, Alter. Ist die auch noch Depri, Alter? Ne, ist die nicht. Doch, ist sie. Fick, das scheiße. Jetzt auch am Boden zerstört. Oh mein Gott. Und der ist deprimiert. Egal. Erstmal was kochen wird. Beziehungsweise... Bringt gern allen erstmal was zu snacken. Kochen brauchen wir noch nicht. Nichts gegen eine weitere Portion. Ja, komm, Alter, komm. Die haben alle mega den Hunde. Das Problem ist, die werden alle depressiv. Die Leute weg. Das reicht erstmal ja. Wie wir es auch gemeint haben. Erstmal was kochen. Ganz richtig. Zwei, dreimal glaube ich sogar. Was fehlt mir denn da? Äh, ungefähr. So, dann kann ich zwei große Eintöpfe oder so machen. Und die dann verteilen. Die Olle, die einem Mut zuspricht, ist selber deprimiert. Das ist ja mega Premium. Ich hab da was zu essen. Hier, chill. So. So, der ist nur deprimiert. Alles klar. Dann gehen wir, glaube ich, erstmal Alkohol brennen. Die kann gleich was essen.